Wirklich, wie oben. Weil er für mich auch einer der schnellsten und dynamischsten Spieler ist, habe ich ihm hier eine 91 gegeben. Weil er für mich wirklich ein brutaler Sprinter ist. Ja, natürlich ist das Defensive ein bisschen das Problem bei ihm. Da wird er auch noch viel arbeiten müssen. Ich glaube, bei den Offensivwerten kann er da viel rausholen dieses Jahr. Ja, es ist so, ich würde ihm insgesamt eine Silberkarte geben mit einer 69. Ich denke, das ist verdient. Physisch fleißig ist er, aber ich glaube, an einer Klimmzugstange reicht es noch nicht ganz für meine Anzahl. Mein Spielewert bei FIFA 18 sollte sein 75 plus, weil ich es mir verdient habe. 75. 65. Über 70. 65. 65. 60. 56. 35. 75. 70. 60.